Mein Name ist Claire. Meine Katze in Melda war eine Internetsensation. Du hast auch eine Katze verloren? Ja. Ich brauche einen Job. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Auf keinen Fall stecke ich noch mal so viel Liebe und Hingabe in etwas, um es dann im nächsten Augenblick wieder zu verlieren. Wird es jemals leichter? Das wird es. Was ist dein Geheimnis? Die Leichen von vier jungen Tschechinnen wurden letzte Nacht brutal am Morgen an Posten in Melda. Was ist ein Geheimnis? Die Leichen von vier jungen Tschechinnen wurde cet